Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. J'apprends l'Allemand. Nummer 91 Nummer 91 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. N'oublie pas de t'abonner a cette chaîne. Ich kann nicht glauben, dass du es wieder getan hast. Je ne peux pas croire que tu l'es encore fait. Wasser ist mein Element. Darin fühle ich mich wohl. Wasser ist mein Element. Darin fühle ich mich wohl. L'eau est mon élément. Je m'y sens bien. Wir haben unseren Keller aufgeräumt. Alles steht am Straßenrand. Wir haben unseren Keller aufgeräumt. Alles steht am Straßenrand. Nous avons nettoyé notre cave. Tout est sur le bord de la route. Soll ich dir das noch einmal zeigen? Es ist ganz einfach. Soll ich dir das noch einmal zeigen? Es ist ganz einfach. Tu veux que je te montre encore une fois? C'est très simple. Ich bin müde. Es ist Zeit zum Schlafen. Gleich mache ich die Augen zu. Ich bin müde. Es ist Zeit zum Schlafen. Gleich mache ich die Augen zu. Ich bin müde. Es ist Zeit zum Schlafen. Gleich mache ich die Augen zu. Ich bin müde. Es ist Zeit zum Schlafen. Wir haben uns im Garten einen Ruheplatz eingerichtet. Dort sitzen wir nachmittags. Wir haben uns im Garten einen Ruheplatz eingerichtet. Dort sitzen wir nachmittags. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Es ist früh am Morgen. Der Heißluftballon wird für den Start vorbereitet. Es ist früh am Morgen. Der Heißluftballon wird für den Start vorbereitet. Es ist früh am Morgen. Der Heißluftballon wird für den Start vorbereitet. Es ist früh am Morgen. Der Heißluftballon wird für den Start vorbereitet. Komm raus aus dem Karton. Ich muss Bücher hineinpacken. Komm raus aus dem Karton. Ich muss Bücher hineinpacken. Ich bin unzufrieden. Ich will das nicht. Alles ist mir zu viel. Ich bin unzufrieden. Ich will das nicht. Alles ist mir zu viel. Ich bin unzufrieden. Ich will das nicht. Alles ist mir zu viel. Es hat geklappt. Unser Plan ging auf. Jetzt brauchen die Pflanzen weniger Wasser. Es hat geklappt. Unser Plan ging auf. Jetzt brauchen die Pflanzen weniger Wasser. Es hat geklappt. Unser Plan ging auf. Jetzt brauchen die Pflanzen weniger Wasser. Jetzt kann das Knie dem Gewicht wieder standhalten. Es sind jedoch noch 10 Stunden Therapie erforderlich. Jetzt kann das Knie dem Gewicht wieder standhalten. Es sind jedoch noch 10 Stunden Therapie erforderlich. Jetzt kann das Knie dem Gewicht wieder standhalten. Es sind jedoch noch 10 Stunden Therapie erforderlich. Wie viele Kerzen sind auf diesem Kuchen? Ich glaube, es sind 16. Wie viele Kerzen sind auf diesem Kuchen? Ich glaube, es sind 16. Wie viele Kerzen sind auf diesem Kuchen? Ich glaube, es sind 16. Combien de Bougies y a-t-il sur ce gâteau? Je crois qu'il y en a 16. Spätabends fahre ich mit dem Fahrrad am Meer entlang und beobachte den Sonnenuntergang. Tard le soir, je fais du vélo le long de la mer et j'observe le coucher du soleil. Glaubst du, dass dies die richtigen Pflanzen für meinen Garten sind? Glaubst du, dass dies die richtigen Pflanzen für meinen Garten sind? Glaubst du, dass dies die richtigen Pflanzen für meinen Garten sind? Ich habe das Holz mit einer Kreissäge gesägt. Ich möchte einen Schrank bauen. Ich habe das Holz mit einer Kreissäge gesägt. Ich möchte einen Schrank bauen. Ich habe das Holz mit einer Kreissäge gesägt. Ich möchte einen Schrank bauen. J'essayais le bois avec une scie circulaire. Je veux construire un armoire. Am Meer muss man immer auf Wind vorbereitet sein. Ich habe die richtige Jacke. Am Meer muss man immer auf Wind vorbereitet sein. Ich habe die richtige Jacke. Am Meer muss man immer auf Wind vorbereitet sein. Ich habe die richtige Jacke. Au bord de la mer, il faut toujours être prêt à affronter le vent. J'ai la veste qu'il faut. Der Elektriker arbeitet an den Telefonleitungen. Die Internetverbindung soll besser werden. Der Elektriker arbeitet an den Telefonleitungen. Die Internetverbindung soll besser werden. Der Elektriker arbeitet an den Telefonleitungen. Die Internetverbindung soll besser werden. Der Elektriker arbeitet an den Telefonleitungen. Die Internetverbindung soll besser werden. Ich teste eine Formel zur Verbesserung des Pflanzenwachstums. Ich teste eine Formel zur Verbesserung des Pflanzenwachstums. Ich teste eine Formel zur Verbesserung des Pflanzenwachstums. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das ist mein Wohnzimmer. Von hier aus habe ich einen schönen Blick auf die Stadt. Das ist mein Wohnzimmer. Von hier aus habe ich einen schönen Blick auf die Stadt. C'est mon salon. D'ici, j'ai une belle vue sur la ville. Rolf hat uns auf sein Boot eingeladen. Wir wollen damit um die Insel segeln. Rolf hat uns auf sein Boot eingeladen. Wir wollen damit um die Insel segeln. Rolf hat uns auf sein Boot eingeladen. Wir wollen damit um die Insel segeln. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld den Verein gewechselt. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld den Verein gewechselt. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld den Verein gewechselt. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld gewechselt. Möchtest du mal an der Blume riechen? Ich habe sie für dich gepflückt. Möchtest du mal an der Blume riechen? Ich habe sie für dich gepflückt. Möchtest du mal an der Blume riechen? Ich habe sie für dich gepflückt. Tu veux sentir cette fleur? Je les cueille pour toi. Ich zeige dir wo du es finden kannst. Es ist ganz einfach. Ich zeige dir wo du es finden kannst. Es ist ganz einfach. Ich zeige dir wo du es finden kannst. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Wir sind Geschwister. Wir halten immer zusammen. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes toujours solidaires. Willst du auch Honig haben? Ich mag ihn sehr gerne. Tu veux aussi du miel? Je l'aime beaucoup. Ich kann das Buch nicht finden. Es soll in diesem Regal stehen. Ich kann das Buch nicht finden. Es soll in diesem Regal stehen. Je ne trouve pas le livre. Il doit se trouver sur cette étagère. Wir sind so selten in der Stadt. Schade, dass es heute regnet. Wir sind so selten in der Stadt. Schade, dass es heute regnet. Wir sind so selten in der Stadt. Schade, dass es heute regnet. Nous sommes si rarement en ville. Dommage qu'il pleuve aujourd'hui. Ich arbeite gerne mit Holz und Farben. Heute lackiere ich diesen Hocker. Ich arbeite gerne mit Holz und Farben. Heute lackiere ich diesen Hocker. J'aime travailler le bois et la peinture. Aujourd'hui, je peint ce tabouret. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Und gib uns bitte ein Like. Et donne-nous un Like, s'il te plaît. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.